schönen guten tag mein name ist jan heider von cap trader und ich darf sie ganz herzlich zu diesem kurz video begrüßen das heutige thema ist die virtuelle exposition und zwar besprechen wir einmal was die virtuelle exposition überhaupt ist anhand eines beispiels und wie sie die virtuelle exposition denn auch schließen können so zunächst gehen wir einmal hier oben links auf den punkt konto dort gibt es hier als fünfte überschrift den punkt fx portfolio virtuelle exposition dies ist wie sie sehen können hier leer also es gibt keine position und von daher legen wir direkt einmal los mit einem beispiel indem ich hier euro us dollar eintrage und enter drücke lädt die tws das währungspaar euro us dollar dieses kann ich mit einem rechtsklick und verkaufen nutzen um euros zu verkaufen und im gegenzug us dollar zu akquirieren voreingestellt sind hier 20.000 ich gehe jetzt hier einmal auf die 30.000 hoch das ganze mit einer day also tagesgültigkeit und einer market order wir wollen also verkaufen 30.000 euro mit tagesgültigkeit über market und über das routing ziel ideal pro auf das routing ziel gehen wir jetzt auch gerne näher ein denn es gibt hier zwei verschiedene arten und zwar zum einen das routing ziel fx konf das ist das kürzel für forex conversion also währungsumwandlung mit diesem kürzel wandeln sie also ausschließlich die währungen um mit dem kürzel ideal pro ist es so dass sie eben eine währungsspekulation betreiben ja also dieses kürzel ideal pro ist hier für die währungshändler gedacht während dieses kürzel fx konf für die trader gedacht ist die einfach ihre währung umwandeln möchten wir gehen jetzt hier einmal gerne auf den punkt ideal pro und übermitteln die order diese wird direkt ausgeführt das handelsprotokoll blinkt und im kontofenster zeigt sich dann auch die neue position hier mit dem minus 30.000 in der virtuellen fx position so gleichzeitig sehen sie eben hier auch unter marktwert realer fx saldo das im euro bereich jetzt hier die 30.000 eben konvertiert wurden das heißt sie haben 30.000 euro umgetauscht in us dollar der bestand hat sich dementsprechend hier gemäht und wurde hier bei den euros vermindert gut jetzt haben wir hier also eine virtuelle fx position minus 30.000 mit einem durchschnitts durchschnittskurs von 1,10145 wurden wir ausgeführt das heißt es ist aktuell ein verlust ein unrealisierter von 2 euro entstanden ja das bedeutet also wenn wir diese position noch länger offen lassen dann kann sich hier der realisierte oder unrealisierte gewinn oder verlust da natürlich ändern das heißt es ist hier eine spekulation es wird gerade darauf gewettet dass eben der euro im vergleich zu dem us dollar abwertet ja dann geht sozusagen der trade auf und dann erscheint auch hier ein gewinn ein unrealisierter wenn allerdings der euro aufwertet gegenüber dem us dollar dann ja gibt es einen unrealisierten verlust an der stelle und da haben sie also immer die übersicht wie denn ihre währungsposition gerade steht so das heißt sie können diese virtuelle fx position hier im kontofenster einsehen zum einen zum anderen können sie allerdings auch gerne das kontofen das entschuldigung das portfolio fenster nutzen und zwar sehen sie hier die position minus 30.000 wieder mit dem durchschnittskurs und auch hier mit dem unrealisierten gewinn und verlust und diese position können sie einmal hier mit einem rechtsklick schließen können sie diese position auflösen oder aber das ganze können sie natürlich auch machen hier im kontofenster wenn sie hier bei den 30.000 wiederum den rechtsklick machen schließen oder aber wenn sie hier den punkt position oder durchschnittskurs anpassen wählen dann wird der kurs auch genullt der unterschied ist hier dass sie eben durch diesen punkt schließen einen trade aufgeben das heißt sie sie handeln ja während sie hier bei position oder durchschnittskurs anpassen das ganze auf null stellen ja das heißt hier mit dem punkt schließen wird ihnen eben ein trade vorgeschlagen ja sie wollen also dann hier kaufen 30.000 tagesgültigkeit die order stelle ich gerne einmal um auf market mit dem routing ziel ideal pro um diese diese position zu schließen wir gehen auf übermitteln und siehe da es kommt direkt die ausführung der euro bestand ist genullt genauso wie die virtuelle fx position es gibt hier dann also einen realisierten verlust von 4 euro gut eben diese diese position hier auch tatsächlich aufgeben in der tvs ja diese dieses ideal pro das ganze ist zum beispiel so dass sie eben wenn sie den web trader nutzen oder zum beispiel in der kontoverwaltung handeln dann gibt es nur und ausschließlich diesen punkt ideal pro das bedeutet sie können hier also ausschließlich den das routing ziel ideal pro wählen und es wird dann eben neben der umwandlung wie gerade gesehen eben auch eine solche spekulation eröffnet die ihnen dann eben anzeigt okay wie schaut es denn aus wie ist aktuell der gewinn oder verlust aus dieser position aus dieser währung spekulation um diese dann wiederum auszugleichen können sie den web trader oder die kontoverwaltung nicht nutzen sondern da können sie hier wie gezeigt die tvs benutzen um diese position dann wiederum auszugleichen eine einfache währungs umwandlung zeige ich ihnen gerne auch einmal also wenn sie hier noch mal euro us dollar aufrufen noch mal auf verkaufen gehen wir gehen hier gerne nochmals auf die 30.000 ja dann müssten sie hier alles machen wie vorher nur dass sie eben das routing ziel ändern auf fx konf forex conversion und das ganze übermitteln den unterschied zeige ich ihnen jetzt gerne hier im kontofenster sie sehen also hier die euros sind umgewandelt minus 30.000 die us dollar wurden vermehrt und es gibt hier nach wie vor eben keine virtuelle fx position das heißt wenn sie ausschließlich gelder umtauschen möchten dann wählen sie am besten hier den punkt fx konf als routing ziel denn dort haben sie die möglichkeit die währung einfach umzutauschen während sie bei ideal pro die währungs wette sozusagen die währungs spekulation eingehen gut ganz grundsätzlich wenn sie sich hier also bei der währungs umtausch einmal vertan haben wenn sie sich verklickt haben ideal pro gewählt haben können sie es eben auf die gezeigte art und weise mit rechtsklick schließen wieder letztendlich nullen oder aber sie gehen hier einmal auf den punkt rechtsklick position oder durchschnittskurs anpassen es öffnet sich dann hier das fenster mit position durchschnittskurs jetzt gerade haben wir hier keine position aber allerdings steht dann wenn sie eine virtuelle fx position haben hier hier stehen dann die werte drin und wenn sie diese daneben nullen und bestätigen dann lösen sie diese position auch an der stelle ganz einfach auf gut das soll es erstmal zu dem thema soweit gewesen sein vielen lieben dank für die aufmerksamkeit jetzt herrs prune jetzt hat sie sich jetzt aufmerksam sind dann haben wir diese